Am Wochenende ist es wieder soweit. Das Goodwood Festival of Speed ist eine seit 1993 jährliche im Sommer stattfindende Motorsportveranstaltung auf dem Gelände von Goodwood House im West Sussex in England. Sie ist die weltweit gewisse Veranstaltung ihrer Art und wird ab Freitag bis zum Sonntag stattfinden. Tja, um zu sehen sein wird dort die schnellste Raubkatze, die je von Jaguar produziert wurde. Die Jaguar F-Type Project 7 ist weltweit auf 250 Exemplare limitiert, hat 575 PS und spurtet mit 680 Newtonmetern in 3,9 Sekunden auf 100 kmh und macht erst bei 300 Spitze zu. Und hier neben ihm steht heute der altehrwürdige Jaguar D-Type von 1954, der immerhin damals auch schon sagenhafte 250 kmh Spitze erreichte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020